Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TPPI mit dem Cedric wieder einmal. Ja, und mein Heimer ist immer noch da. Und wir haben viel Spaß jetzt wieder mit dem Craften, aber wir sind langsam auf einem grünen Zweig gestoßen, glaube ich, wie man jetzt hier weiterkommt, nämlich mit der automatischen Kabelmühle. Die wollen wir dann heute mal einfach machen. Ich muss mir die Demonic Blood machen, für das brauche ich hier wieder einen Diamond Vapor und so weiter. Irgendwo müssen wir doch noch dieses gelbe Zeugs haben, die heißt ja schon wieder. Wo ist es? Hier, hier, hier. Fool of, okay. Fool, ja genau. Ja, der Staub, ja. Dann, ähm. Der Dampf, ja. Dann, 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 dann. Quick Climb, das Holz, ähm. Gut, Arsch, haben wir hier noch. Und, ähm, der weiße Beutel, der haben wir hier. Das ist so einfach hier, demnächst. Das Zeug jetzt mal, ähm. Gut, dann, was brauche ich noch? Ja, ich gehe zum Beispiel. Die Schusschlüssel gehen mir so oft in den Sack, was sie für Geräusche machen. Die muss ich erst mal in Gar ausmachen. Ähm, gut, dann brauche ich jetzt das hier. So, nee. So und so. Genau. Und dann muss ich da noch die reinpacken. Da sind die. Oh, der Krippertort. Die sind, die sind witzig. Oh, der ist zu gut, äh. Wie der sich expressieren lässt. Und dann dieses, dieses. Das Feuerwerk. Winziges, winziges, äh, Schwarzbower rauskommt. So, die Schuss habe ich jetzt endlich mal, boah, besiegt. Was ist denn das da unten? Ach, Uran. Ach, die Schuss sind die Mega-Boss-Gegner. Richtig, ja. Dass du die besiegt hast, mein Gott. Ja, das hat mir auch gerade wirklich Mut zusammengepackt, um die zu besiegen. Ach ja, zusammen. What the fuck? Irgendwas hat sich gesprengt. Hast du das auch gehört? Nein. Ich bin ja nicht bei dir. Ich weiß, ja, aber trotzdem, ich dachte, es wäre universell, weil irgendwo hat sich irgendwas gesprengt und ich habe es nicht gemerkt. Du hast es nicht gemerkt, nein. Deswegen machst du mich darauf aufmerksam. Aber du hast nicht gemerkt, dass irgendwas gesprengt hat. Ja, doch, aber ich habe es nicht gesehen. Ja, gut gemerkt, wenn ich es nicht gesehen habe, es wäre ein bisschen schade. Das macht nicht so viel Sinn. Ich glaube nicht, das möchte ich hier das. Was will, brauche ich denn davon? Ach, du Scheiße. Nee, 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 nee. Zwei. Ach, ich bin doch behindert. Vier. Wir haben noch einen Diamond Wave. Na. Ich hätte den ganzen Prozess nie nochmal machen müssen. Ja, und das teilt. Vierundzwanzig Kupferkabel ist ja sowieso weiter nix. Na, egal. Wie viel Kupferkabel haben wir denn schon? Drei, also nur noch einundzwanzig. Toll. Und das macht Spaß. Einundzwanzig Kupferkabel. Das Rezept ist das Rezept ist noch unnötig. Aber es kommt bald noch. Dämonic Blast. Hier kommt es auch schon. Na, können wir auch unsere Gehörte reinpacken. Na gut, und dann kann ich in der Zwischenzeit, hier habe ich schon mal die seltsamen Tränke vorbereitet. Wir brauchen noch Stärke Tränke. Habe ich hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Hier haben wir immer noch die Instant Damage Potions drin. Und dann müssen wir warten, bis Nacht wird. Was zum Glück, boah, boah, das Timing. Also auch draußen gucken, Nacht wird, zum Glück jetzt in gleich. Bitte nicht schlafen gehen, das war ja so. Ich kann halt die Zeit einfach nach... Ja, nee, nee, nee. Oh, Tafel, so eine Floorfliege. Geil. Hallo. So, wir wollen das bitte bestimmt ein Cutting... Nee, nicht ein Cutting, sondern ein Extruding haben. Gut, dein Dämonic Blast. Und das packen wir dann hier hin. Gut, dann hat man hier schon mal das Zeugs. Bauen wir hier noch den Strange-Bow-Shane. Ich habe gerade eine Floorfliege auf den Fingern, die tue ich gerade mal raus, dann bin ich gleich wieder da. Floorfliege? Ja, eine Floorfliege, die ist weiß. Die möchte ich aber gerne lieber nach draußen bringen, aber bis gleich. Glaubst du, was gibt es bei uns gar nicht? Eine weiße Fliege. Ich habe noch nie eine weiße Fliege gesehen. Also bei uns. Jetzt hier. Strange. Hier, so. Gut, wir werden dann hier wieder ins Hüppchen. Okay, ich bräuchte vielleicht noch die Botless. Oder aber ja ein paar. Wie immer, Dry Request. So, dann fangen wir jetzt mal an. Wir brauchen weder das noch das. Wir brauchen das, 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 das und das hier. Der Diamanten. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Und es sieht so aus, als hätte es funktioniert. Och. Gerade mal eins von diesen Teilen bekommen alle raus. Und es wird abends. Und es ist Nacht. Oder abends. Oder was auch immer. Aber ja, super. So, wieder da. Was brauche ich jetzt schon wieder für einen Kreidekreis? Kreidekreis. 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 Seite. So, Fliege gerettet wunderbar. Jetzt kann ich weitermachen. Seite 57 brauchen wir da. Da brauche ich weiße Kreidekreise. Es, sie sind wieder zurück. Alle, die war ja unten. So, äh, gut. Da haben wir jetzt hier einen weißen Kreidekreis. Kreis. Da reinwerfen, da dranwerfen. Draufklicken. Ach, es werden ja viel zu viele draus. Da sind ja mal drei raus. Okay. Und einen Zauberstab. Witzig, nicht? Das kann ich hier so. Sehr witzig, ja. Boah. Irgendwas machen. Ah, jetzt kann ich jeglichen Block abbauen. Also auch, äh, hier zum Beispiel, ähm. Oh, nee. Das braucht mir nicht mehr ganz irgendwas ab, nicht? Brauche ich dafür vier. Ja, zwei. Vielleicht können wir ja hier noch Eis. Vier, ja. Ach, genau. Das ist ja der super slowen ist Zauber. Ja, vier Eisenplatten. Noch zweimal Eisen in den, in den Platten. Alter. Jetzt bist du super ge-ge-freezed. Oh, warte mal. Was ist der Gegend-Zauber-Spruch? Nein. Wie lange genau geht das denn so? Wie lange Zeit? Fünf Minuten. Oh, shit. Ich hab vergessen, wie der Gegend-Zauber ist. Neeein. Warum ist jetzt noch Platz so viel? Egal, wir haben auch noch genug Platz. Im Moment kann ich hier unten klarkommen. Also hier oben. Zwar ist die Sicht ein bisschen gesumt, aber ich hab alles, was ich hier brauche. Oh. Oh, sorry, du bist... Top bist du. Das Beste, das Beste. Ach, ich glaub, wir brauchen sogar sieben. Äh. Drei. Gut, also ich werde da mal hier einen Cut machen und mich mal ein bisschen über die Zauber hier, äh, klar, äh, Dings nennen. Ich mach einfach genau weiter. Könntest du bitte auch einen Cut machen? Nein, ich mach einfach genau weiter. Weil, ähm... Dann machen wir hier genau einen Cut. Ja, machen wir, okay. Ich muss aufhören. Du weißt, wieso, dass ich aufhören will. Du weißt genau, wieso ich einen Cut machen will. Ach so, ja, jetzt weiß ich es auch so, die Person. Aber guck mal, das Lone ist zauber. Hilfe. Also jetzt irgendeine... Ach man, nicht mal einer, das Lone ist hier. Wie langweilig. Oh ne, jetzt hab ich mich verschrieben. So, die... Ah, die Katze ist auch gefreezt. Nein, ich seh's. Ah, warte mal. Geht das? Ich mach jetzt unter Umständen den größten Scheiß, den es gibt. Welchen Block konntest du nicht abbauen? Äh, mach's mit dem Zerkleinerer. Das ist der Kleinerer. Oh, schade. Selbst das geht nicht. Was hast du denn versucht? Ja, guck mal, ich kann ja... Oh, ne, warte mal. Ich kann ja zum Beispiel diesen Block hier, kann ich instant einfach abbauen. Okay. Das kann ich eigentlich mit jedem Block auch mit... Nee, diesen, glaub ich, die haben es so eingestellt, dass sie das nicht, äh... Tatsächlich, den kann ich nicht. Den kann ich auch nicht. Nächster Weg. Ah, ja. Hoppla. Oh, ne, Warte. Nur die wegfahren kann ich auch nicht. Ach, zum Glück. Die arme Katze, die ist auch schon gefreezt. Ja, ja. Aber das ist voll lustig. Nein, dann machen wir das nächste Mal, da weiterschätze ich mal. Ja, ja, aber ich werde zuerst nur schnell was nachgucken. Witchery, und zwar, ähm... Spells. Spells. Ich brauche nämlich hierfür noch eine... Mystic Brands. E-Batterie, ja, einmal brauchen wir das E-Batterie. 14 brauchen wir dafür. Ach komm, das können wir gerade irgendwie noch schaffen. Open Door. Ja, genau. Oh nein, ich, ich, ich muss hier wieder los. Ah, hier, ich kann, hier, ich hab's rausgefunden. Äh, Remorph, ähm, Start Effects. Das ist, ähm, ist, ähm, ist, up, up, left, ähm, down. Nein. Down. Hallo. Ich mach dir nichts. Da. Tschüss. Äh, ja, okay, nochmal. Ich kann doch im Springen, ja. Bauer. Up, up. Hä? Up, up. Ich kann springen, ja. Right, left. Die Loben mal wieder antreiben. Up, right. Hm, nochmal auf. Up. Hilfe. Komm nach oben, da kann ich's dir machen. Ja, ja. That's what she is. Oh nein, es ist, es ist. Ah, ist das blöd dann. So, ich will's dir durch. Nein. Hilfe. Ja, gib Ruhe, Maschine. Hier, ich hab's. Och, dankeschön. Boah, meine Güte. Das war furchtbar. Ich möchte's nie wieder erleben. Ach, mein Gott. Ich will hier mehr Energie lohnen, bitte. Ja, kann man drin lassen, aber das... Ja, die zwei da unten, die meiste da noch mehr hier unten. Alter. So, lieber Metallformer. Läuft denn doch besser. Ja. So, 13 Platten. Und... Oh, es ist fertig, tatsächlich. Wir haben noch ein Zinn-Kabel. Nee, haben wir nicht mehr. Ja, nehmen wir hier nur eins. Das machen wir dann in Kabelform schnell unten. Kamal, die kann ich schon wieder... Monster. So, 13 Kabel, wunderbar. Dann brauchen wir... Können wir am besten alle drei verdichten. So, kann man jetzt craften mit dem... mit dem Arsch voll im Inventar. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Wir versuchen's. Ach, nee, die Batterie müssen wir erstmal aircraften. Wenn die Batterie geht, dann hoffe ich auch das Modul. Was ist denn das da? Ach, zwei Schaltkreise. Aber doch längst nicht. What the fuck? Ah, ich kann dich entwaffnen. Neh mal irgendeine Waffe in die Hand und guck mich an, bitte. Nein. Ach, das liegt daneben, okay. Witzig. Nein, meine Kartoffeln. So. Hauptsache, ich kann noch craften. Wo ist das denn jetzt? Noch eine Eisenplatte? What the fuck? Wo sind die alle hin? Nein. Aber nicht so heftig. Ach, das ist nur Impedimenta. Das ist nur langsam. Also nur ein bisschen. Ah, nur für kurze Zeit. Das geht ja. Jaja. Das andere ist auch ein bisschen aufwendiger hier zu machen. Das ist wirklich, um etwas zu... zu binden. An die Position, an der er steht. Das war auch relativ... Zum Beispiel so. Nö. Ich hab's nicht getroffen. Da. Wir haben rumzaubern hier. Ich glaub auch. Nein. Ja, darf ich nicht. Ich kann immer noch springen. Fünf Minuten lang viel Spaß damit. Nein, das ist so schön. Jetzt kann ich dich hier ein bisschen rumschubsen. Ja, Hauptsache, ich kann überhaupt noch springen. Die Eisenplatten müssen eigentlich... Oh, nein. Warum klappt das Upgrade denn jetzt nicht? Oh, Mann. So, hier. Ja gut, dann bin ich dann weg. Das ist doch ganz lustig gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich mach gerade hier diese Sache noch zu Ende. Und ein Glas. Ich hab jetzt die ganze Zeit weiter aufgenommen. Wie blöd. Ich auch. Das wird doch gesendet hier. Ja, nö. Das, was wir jetzt hier gemacht haben. Ich hab gesagt, stoppen. Oder nicht? Nee. Ich hab jetzt hier wichtige Sachen gemacht gerade. Ach so. Ja, okay. Das ist mein ganz rumgespiele hier. Ja, natürlich ist das irgendwie... Ja gut, dann machen wir mal den letzten Cut. Gut, dann würde ich sagen... Und tschüss. Ich denke mal, aber sogar... Wir machen da jetzt eine ganze Folge draus. Ja, ja. Ich denke auch eine ganze Folge. Den Fall würde ich sagen... Ja, bis dann und tschüss. Ja, bis dann. Vielen Dank.